Hier in der Ausstellung habe ich eine übermalte Postkarte, die ist auch letztes Jahr in Zeit des Lockdowns entstanden. Und Sky Can Be More Blue ist einfach so eine ganz neutrale Beobachtung. Wir sehen ja gerade nicht so viel blauen Himmel, so in den Berliner Dauer-Lockdowns. Die Arbeit an sich hält einen resistent gegen solche Situationen, also in der wir uns jetzt befinden, wo einem wirklich an sich so ein ganzes Stück vom Leben entrissen wird.